Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Paper Mario 2, die Legende vom Eonentor. Beim letzten Mal sind wir endlich in Bad Glimmerich eingelaufen. Und dieses Mal werden wir uns hier auch ein wenig umsehen. Der Zug wird ja einen längeren Aufenthalt haben. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Aber hinter... Mein Geschäftspartner ist noch nicht da, also besichtige ich den Ort. Natürlich zahlt das auch meine Firma. Natürlich! Ha! Ich wusste hier ist irgendwo was. Wo gibt es denn hier Modelleisenbahnen? Wir werden uns sofort um Bronzmuths Geburtstagsgeschenk kümmern. Du, Autogramme Onkel, meine Eltern kaufen mir eine Modelleisenbahn. Aber eigentlich könnten sie mir auch eine richtige Eisenbahn kaufen. Und ein wunderbares Gör! Oh, ups! Ha! Hoppla! Hm. Ist ja jetzt nicht so toll ausgestattet, das Haus. So, warum kann ich hinten nochmal raus? Hm. Na, komm schon. Sei willkommen, mein Held. Diese Bahnfahrt war wirklich spannend. Die hat wenigstens Möbel, auf die sie sich legen kann. Kann ich dir... Nein. Ich kann dir leider nicht deine Kommode ausräumen. Okay. Na, Greeny. In dieser Gegend scheint es etwas zu geben. Gut, also habe ich hier noch nicht alles. Ich glaube nämlich, es war irgendwas... In einem Pool? Es gibt immer noch was hier in der Gegend. Ach, verdammte Kacke. Oh Gott. Ja, da sind wir schon wieder eingeschlafen. Ganz in der Nähe scheint sich etwas zu befinden. Nein. Uh, warte mal. Ah. Oh. Okay. Ich dachte, ich muss hier mit Aeron abpusten. In dieser Gegend scheint es nichts mehr zu geben. Gibt es hier draußen noch was? Nein. Okay, also die Häuser zählen auch zu der Gegend. Gut. Ich glaube, den Orden da habe ich tatsächlich noch nie gefunden. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, dass es hier was gibt, ist klar. Hier liegt zum Beispiel ein Hotelgutschein. Es hat aber gehört, es sei ruhig im Bad glimmerig. Aber diese Touristen. Vielleicht sollte ich einen Laden mit Spezialitäten aus Beaver City eröffnen. Na, Beaver City, wer erinnert sich noch? Scheint es nichts Besonderes zu geben. Alles klar. Es mag ja ganz schön sein, hier zu leben. Aber Punsch trinken, einen Schneemann bauen, Schlitz zu fahren. Das kann man hier alles nicht machen. Fern von der Heimat lernt man, ihre Vorzüge ist richtig zu schätzen. Ja, ja, trink du nur weiter deine Bohle. Was bist du eigentlich? Herzlich Willkommen. Möchtest du nicht unsere Powerpasta als Andenken kaufen? 50 Münzen? Ne, du, lass mal gut sein. Wir drei Mädels bereisen die ganze Welt. Wir übernachten in dem vornehmen Hotel gleich da drüben. Dieses Bad glimmerig hat wirklich Stil. Heute werden wir den Glimmertempel besichtigen. Ja, viel Spaß. Ah, hier, ein Hotel. Bonjour Monsieur Moustache. Die Mambazelle am Eingang dieses Hotels ist so süß. Ich werde hier so lange übernachten, bis sie mir ihr Herz schenkt. Ja. Na, guck mal mal. So hoch ging es doch gar nicht da draußen. Ich dachte, ich kann mich da jetzt einfach reinlegen. Das war es dann auch schon wieder mit meinem Kaffee. In dieser Gegend scheint es etwas zu geben. Ich bin jemand, der Stress nur schwer abbauen kann. Aber wenn es mir zu viel wird, laufe ich einfach barfuß über die Wiese. Du solltest das auch mal probieren. Ich stampfe dir die Wiese. Ich werde oft gefragt, ob es nicht langweilig ist, jeden Tag am gleichen Ort zu sein. Wie kann man nur so denken? Jeder Tag ist doch ein wenig anders. Ich bin... Ich habe mich voll verschluckt. Ich bin anders als gestern. Du bist anders als gestern. Die Stadt ist anders. Jeder Tag ist einmalig. Also möchte ich auch jeden Tag bewusst erleben. Oh, guten Tag. Also es ist angenehm warm hier in Bad Glimmerich, nicht wahr? Ich mag das wirklich. Wenn es kalt ist, holen wir uns gleich einen Schnupfen. Ja, so schnell geht es nicht. Dieser Glimmer-Tempel ist ein sehr berühmtes Gebäude. Nicht nur das große Gemälde, auch die Außenarchitektur ist umwerfend. Es macht mich glücklich, jeden Tag zu kommen und ihn zu betrachten. Ja, mich macht besonders die Insignie hier oben glücklich. Ach, haben wir jetzt, oder? Ja. Bin auf Reisen. Der Hohepriester. Was? Aber ich könnte hier hineinschlüpfen. Oh, Luigi. Was machst du denn vor meinem Haus? Was? Das hier ist dein Haus? Dann bist du also der Hohepriester und kein Detektiv? Du sagst es. Detektiv bin ich nur in meiner Freizeit. Aber wir müssen uns ja nicht im Stehen unterhalten. Komm doch rein. Na, auf was wollen wir hier drin machen? Hier stehen wir auch nur rum. Der kommt zu spät. Wir haben das Sterngewähl. Hey, wartet auf mich. Oh nein. Sie sind uns vorgekommen. Wir müssen sie verfolgen. Warte, Luigi. Könntet ihr mir sagen, worum es hier eigentlich geht? So, so. Ihr sucht hier also das Sternjuwel. Hm. Ich bin im Bilde. Aber macht euch keine Sorgen um das Sternjuwel. Es ist in Sicherheit. Das Sternjuwel auf dem Podest war ein billiges Imitat. Das Original habe ich anderswo versteckt, damit es nicht gestohlen wird. Aber wo das Original versteckt ist, das darf ich in meiner Funktion als Vorhepriester leider nicht verraten. Natürlich weiß ich, wo das Sternjuwel sich befindet. Aber ich bin überzeugt, dass ihr es aus eigener Kraft finden werdet. Also, Luigi. Frisch ans Werk. Zeig, was du von mir gelernt hast und finde das Juwel. Ein wenig Service für die Fans. Dass man nicht ewig rumrätseln muss, von wo man am besten hier an die Stange springt. Finde ich sehr schön. Und was vermutet ihr, wo das Sternjuwel ist? Ihr werdet es ja gleich sehen, aber Vermutungen kann man ja mal abgeben. Ich weiß übrigens nicht, wo jedes Item hier im Spiel liegt. Deswegen laufe ich ja auch immer ganz nach vorne im Tempel. Ja, weil ich halt nicht weiß, ob hier oben irgendwo was liegt oder nicht. Aber hier liegt wohl nichts vorne im Tempel. Na gut. Dann machen wir gleich das Sternjuwel sichtbar. Und was vermutet ihr? Wo taucht es jetzt auf? Na? Hattet ihr im Verdacht, dass das Sternjuwel sich hier im Bild versteckt? Theoretisch kann man sich das Sternjuwel schnappen ohne Kampf. Ich mache aber die Kämpfe durch. Gibt Erfahrung. Das ist ein Finsterbu. Finsterbus sind Liederbuhus. Ziemlich gruselig. Aber eigentlich sind es ganz normale Buhus mit hoher Angriffskraft und mehr KP. Also bleibt die Taktik gleich. Mach sie fertig, bevor sie sich unsichtbar machen. Ich habe mich nach dem Kampf gar nicht geheilt. Gut. Schön, dass ihr jetzt dran denkt. Na, scheiße. Oh, shit. Dachte, es ist schon das Ende. Warte mal. Austauschen. So, nämlich. Aber... Ach komm, ich nehme Arona. Weil ich sie sonst so selten nehme. Wow. Das hätte echt schief gehen können. Es gibt doch gut Sternpunkte. Schade. Schade. Aber es ist halt wirklich so, Arona ist hier im Kampf so effektiv wie alle anderen. So, nicht mehr viel Sternenergie, dann kann ich mich nochmal heilen. viel daneben gesprungen. Voll daneben gesprungen. Hä? Ja gut. Airona ist nicht so effektiv wie Yoshi zum Beispiel. Oder Barbara. Die hat so wenig Angriffskraft. Warum hat Airona so wenig Angriffskraft? Schade. Warum leckt mir hier gerade jedes Spiel rum, das ich benutze? Vorhin auch schon Final Fantasy. Wow, da wollte ich jemanden richtig wissen. Wir killen sie alle. Und weg mit dir. Boink. Okay, sorry. Aber an der Stelle muss Barbara mal eben aushelfen. Weil das dann doch ein wenig effektiver ist, als mit Airona jeden Einzelnen umzuklatschen. Ach, schade. Ach, schade. Ah, wollte ich zu viel. Ach, kacke. Ach, schade. Ach, schade. Ach, schade. So, ist nicht. Ihr brennt mir weg. No. Au. Und tschüss. Ja, weg mit dem Hotelgutschein. Okay, der letzte Kampf für heute. Einen heben wir uns dann fürs nächste Mal auf. Nochmal super fit, weil Barbara auch ganz schön angeschlagen ist. Klar, die hat er mit mir den Endgegner des Kapitels besiegt. Ach, kacke, verdammte. Leck mich doch am Arsch. Die großen geben drei, ich dachte, die großen geben zwei. Hm, gut zu wissen. Nö. Seh ich nicht einen. Wow. Ich finde, wenn man das Action-Kommando auch so gut beherrscht, sollte es auch Sternenergie zusätzlich geben. Und damit bedanke ich mich bei euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, ich hoffe ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, bis dann und tschau tschau. Bis zum nächsten Mal.